Jo Leute, willkommen zurück zu Hashtag-Frag und dieses Mal mit der sinnlosen Frage, was war die sinnloseste und nervigste Frage, die du je gefragt wurdest, gleich ist auch an den D, den ich wie ich ganz doll mag. Was? Was auch immer, passt schon. Was auch immer. Ähm, naja, dann sag du erstmal. Also bei mir, ich hab zwei Favoriten. Das eine ist zu sagen, diese Frage, denn es gibt keine sinnlosere Frage, als zu fragen, was die sinnloseste Frage war. Wobei wir auch mal schon Hashtag-Frag-Video die sinnloseste, es gibt auch sinnlose Fragen genannt haben und das war auch sowas. Komme ich ins nächste Video. Du erinnerst dich noch? Ja. Diva! Das erste und einzige Mal, dass ich jemanden, äh, nur die Frage genommen hab und nicht den Namen und das, äh, das Bild. Ja, äh, die sinnloseste Frage, äh, meiner Meinung nach, jeder, der mich je gefragt hat, schläfst du schon? Auf der Klassenfahrt, schläfst du schon? Wenn ich jetzt mit Ja antworten würde, dann würdest du mir das wohl kaum glauben. Und wenn ich mit Nein antworten würde, dann ist die Frage sinnlos. Also von daher Blödsinn. So. Naja, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist eine Frage, die zwar doof ist von dem, was man als Antwort zu erwarten hat, aber ob jemand anderes... Äh, sie hat keinen Sinn. Das ist ja sinnlos. Nicht die dümmste Frage, aber die sinnloseste Frage. Da war er nach Gefahr. Das heißt, du würdest dann jemanden fragen, bist du noch wach? Auch das macht ja keinen Sinn. Da kann er nur mit Ja drauf antworten. Wenn er nicht mit... Äh, wenn er mit Nein antwortet, dann... Dann würde er lügen. Ja, aber du hast dann wenigstens die Sache, dass du weißt, ob der wach ist oder ob er schläft. Ja, du kannst ihn auch einfach direkt ansprechen und sagen, ey, was weiß ich, Dominik. Das reicht. Mir brauchst du ja nichts sagen. Du kannst ja irgendeinen Namen von denen... Da bist du ein bisschen alleine mit... Ja, bist du alleine mit der Meinung, glaub ich. Okay. Also ich bin der Meinung, es ist durchaus noch sinnvoll, zu fragen, ob derjenige schläft oder wach ist. Ich nicht, das find ich total sinnlos. Hashtag fragt deine Evo, fragt deine Evo, fragt deine Evo, dann beantworten wir euch die gerne. Und... Bitte keine drennlosen Fragen. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.